Die Scorpions, eine der erfolgreichsten Rockbands der Welt. Seit 1978 an der Gitarre Matthias Japs. Mit seinen melodiösen Soli prägte den musikalischen Stil der Welt. Der 57-jährige Hannoveraner schreibt auch gelegentlich Songs für die Scorpions. Was sind Ihre typischen Charaktereigenschaften? Stark ausgeprägter Gerechtigkeitssinn, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit. Wer ist Ihr persönlicher Held? Kein Mensch, wenn dann würde ich sagen, der liebe Gott. Was ist für Sie eine unwiderstehliche Versuchung? Musik zu machen. Haben Sie einen unerfüllten Traum? Ähm, ausgedehnten Urlaub machen. Was bringt Sie auf die Palme? Die Kokosnuss. Wie sieht für Sie ein perfekter Tag aus? Ähm, ausschlafen, nicht zu lange. Weil ich merke, man kann am Vormittag mehr erledigen als am späten Nachmittag. Weil auch alle anderen wach sind in der Regel. Und äh, Dinge in Ruhe angehen. Wir kommen gerade aus Frankreich, haben ausführlich in Frankreich gespielt, gerade im November. Und äh, die Franzosen machen einiges richtig, die gehen so ausführlich Mittagessen und lassen sich sehr viel Zeit. Das finde ich gut. Äh, wer wie ich auch viel in Amerika ist, der lässt sich von der Hektik anstecken, dass sich alle nur schnell was reinschieben und dann geht's schon wieder weiter. Das finde ich hervorragend, wie die Franzosen ihren Tag gestalten. Das könnte auf mich abfärben.